Der Gesandte Allah und der Prophet, der den einzigen Gott Allah entsandt hat. Er hat keinen Vater, a.s.w. und er kam mit einem Wunder. Seine Mutter ist die Jungfrau Maria. Jesus hat in der Wiege gesprochen zweimal. Und Jesus hat Wunder gezeigt, dass Allah ihn verliehen hat. Jesus wurde nicht gekreuzigt und nicht getötet. Und Jesus, a.s.w. wird wiederkommen. Und er wird in Damaskus, im Osten von Damaskus, der wird vom Himmel kommen und er tut seine Hände auf die Flügel von den Engeln. Und alle Menschen auf dieser Erde werden ihn sehen. Und er wird natürlich den Islam dann weitermachen, weil er auch Muslim war. Und ich liebe ihn. Und ich sehe immer, wenn wir hier Da'am machen, dass wir auch seinen Weg und den Weg von allen anderen Propheten nehmen, indem wir zum Islam aufrufen und dass wir Geduld zeigen. Das ist Jesus für mich. Das ist Jesus für mich. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020